Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu FIFA 20. Ja, wie schaut's aus? Ich glaube, wir können direkt ins Spiel reinspringen. Und zwar Bremen gegen unser Paderborner Team. Spielen tun wir es selbst. Selbst ist der Mann. Ich gucke, wie es klappt. Was sollen wir da machen? Flachpass und Schuss. Okay. Okay. Es regnet, liebe Zuschauer. Aber ich hab's einfach, das gibt's. Ich muss mich klatschen. Das war kein Abseits. Das ist natürlich schon... Oh, sie wollten hier von Anfang an Ton angeben sein. Oh, sie werden natürlich sofort hinten liegen. Ich hab's jetzt geskippt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Oh, wo stehen die denn? Lass mich mal jemanden anbieten da bitte. Hey, die... Was muss mit denen hier? Kann er was draus machen? Schöner Pass. Ja. Ein unfassbares Tor. Ja. Und das Tor zählt nicht. Was? Nein, der Assistent hatte die Fahne gehoben. Nicht dein Ernst. Oh, wir schauen nochmal genau hin. Stimmt die Absatzentscheidung, Busche? Ja, richtig. Der Treffer war irregulär. Come on. Ist nicht euer Ernst. Nee. Patsch. 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 Ein bisschen spät, hm? Puh. Da sind ja ganz gut durchgekommen, oder? Nee. Geh weg. Habe ich die Schwierigkeit gerade höher gestellt, oder so? Alter, was ist mit denen? Es läuft auch keiner vor, ne? Habe ich die Taktik geändert? Äh, wo kann ich die denn einstellen? Schneller Aufbau, okay. Das habe ich noch nie mit denen gemacht, ne? Weil irgendwie fühlt sich das Ganze ganz komisch an. Er passt ihn auf den Flügel. Klasse, Pass. Guter Vorstoß da jetzt. Alter. Alter, wie einfach trotzdem keiner da ist. Und er pfeift abseits. Ach ja, schon wieder abseits. Aber die machen echt krasses Pressing. 2-0 ist natürlich schon shitty. Das hilft ja nix. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Und jetzt ist Schluss. Der Anschlusstreffer. Jetzt weiter Gas geben. Dann können sie den Ausgleich noch schaffen. Sie schlagen gleich wieder zurück und genau so geht's. Und das ist natürlich wichtig, auch damit der Gegner nicht zu viel Oberwasser bekommt. 2-1. Hier ist noch alles drin. Korrekt. Bisschen unter Druck setzen. Genauso wie die uns unter Druck setzen. Und jetzt könnt ihr die Hereingrabe kommen. So, die Chance jetzt. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsdat. Die Chance auf den Konter. Oh, ich habe die Falschstasse wieder gedrückt. Ach, schade. Was? Oh, ich dachte, ich kriege den jetzt nochmal. Verdammt. Was war das denn? Gefittfingert, ha? Milo Draschica. Da komme ich nicht drauf. Das ist der Falsche. Das ist wieder der Falsche. Wo ist der Ball? Oh, nein. Ah, wie dumm. Ja, aber die Parade vorher. Die war sensationell. Schaffst du es? Jetzt kriegst du ihn wieder zurück. Komm, komm. Oh Gott, ist er langsam. Ja. Dräger. Hast du dir verdient. Ja, könnte was werden. Tolles zuspielen. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommt der Schuss. Klasse. Das war dann doch zu schwach. Da müssen wir draus machen. So oder keine Mühe. Fast der Ausgleich. Da muss der Keeper schon alles aufbieten, um die knappe Führung zu verteidigen. Aber es riecht nach Toren. Super Pass. Da ist die Flanke. Chance zur Befreiung. Das hätte gefährlich werden können. Zack. Dem Rasen macht der Egenbeutel nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Na, schade. Nicht gut. Ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Sie holen sich den Ball. Oh nein. Werde der Falsche. Ah, komm dran vorbei. Zieh. Sie verlieren. Oh. Vielleicht der Ausgleich. Nein. Was? Ist das jetzt die Wende? Frage wird sein, können sie diesen Schwung nutzen? Was war das jetzt? Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Was war noch mein Schuss? Boah, wie geil. Jetzt bin ich gespannt, was wieder nach dem 2 zu 2 basiert. Passt. Alles wird offen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ah, das geht nix. Beim Ballbesitz nimmt sich beide nicht viel und beim Resultat natürlich bisher auch nicht. Unentschieden. Alles drin, alles denkbar. Ah. Schade. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Gerrit Holtmann. Ah. Ah, geh dazwischen. Nein. Rauf halt. Oh Gott. Oh nee, nicht dein Ernst. Oh, das darf nicht passieren. Scheiße. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Da ist jetzt Platz. Könnte gefährlich werden. Oh. Ah, was für ein Gebeiße hier. Klaus Gersula. Da nimmt er in den Wagen. Sehr gutes Täglich. Was für ein Gebeiße. Nein. Schöner Steifers. Ah. Oh, das könnte das werden. Nix. Schuss. Oh, was haben wir denn für ein Torwart, bitte. Was ist das für ein Torwart, bitte. Dann nehme ich sogar mal den schlechten lieber rein. Das ist ja mal gar nicht seine Leistung hier. Was ist mit ihm? Bimmi ist unsere Abwehr total broken. Total fin... Kintan. Ich meine, das könnte ja schon zu spät sein, ne? Die ganzen... Jetzt müssen wir dann zwei Tore dem aufholen müssen. Schätze. Oh Gott. Naja, sechs Tore in einer Halbzeit. Bla, 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 bla. Wir spielen sofort weiter. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Wackfried. Wackfried. Milot Rashica. Da wäre Platz auf außen. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Ah, jetzt lauf. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. So, Platz für die Flanke. Oh, was war das denn? Der Ball ist weg aus dieser Konterschaft. Oh Gott, was hat der denn da gemacht? Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er gibt abseits. Kommt einer mit? Ja, er läuft. Alter. How is this possible? Scheiße. Den hab ich ja nicht geachtet. Jetzt eingeblendet, die nächste Bundesliga-Partie der Gastgeber. Wir spielen die Lange echt gut in den Lauf, ne? Einwurf. What? Klasse Technik. Und das ist der Ballverlust. So, Ball besitzt jetzt. Kommen wir weiter zu spät. Zu spät. Es geht gegen Bayern München im nächsten Bundesliga-Spiel. Da fällt einem eine Prognose schwer. Das ist ziemlich ausgedient. Es ist abseits. Ach, es wäre abseits. Der Blick auf die Tabelle ist für Sie gerade nicht besonders schön. Sie hängen unten drin. Jetzt haben Sie aber erstmal den Ball und müssen das Spiel machen. Auch nicht einfach. Hallo, ich will zum richtigen Spieler. Den hat er ja, oder? Ja, sehr gut. Alter. Wie der da voll in mich reinläuft und ich da nichts mehr dazwischenkomme. Kann er was draus machen? Gute Aktion. Chance zum Anschluss-Treffer. Nein! Wie lange braucht der denn? Wie lange braucht der denn, um zu schießen? Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Hä? Was ist denn das für ein Schuss? Was ist denn das? Schießhals! Gott. Hab nix getroffen. Das ist gut. Sehr schön. Was macht der denn? Lässt ihr den so weit weg springen, ey? Andere hängen dem direkt am Bein rein. Ah, fuck. Immer das Weite vorliegen. Könnte Konter geben. Tja, Konter-Chance vertan. Die Abwehr ist wieder zur Stelle. Diese Gelegenheit haben sie hier ein wenig vertrödelt. Bei Werder Bremen gibt es eine Auswechslung, Buschi. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Nach weiterverdruck. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Nuri Sahin. Milo Drasica. Abwehr hat aufgepasst. Jetzt ist Platz für den Konter. Boah, jetzt kommst du da mal durch. Was macht der draus? Ballverlust. Nichts. Ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Fuck ey. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Abseits. Na klar ist das wieder Abseits. Fickt euch doch. Jedes Mal ist es Abseits, wenn ich das mach. Da verlieren sie den Ball. Auf außen ist Platz. Wo läuft der hin? Sieht gefährlich aus. Er kann ihn reinbringen. Er schießt. Schön. Der ist gut. Der Torwart ist glaube ich besser. Oh oh. Nein, du darfst nicht spielen. Du darfst nicht spielen. Er ist am Abseits. Schön. Er hat ihn nicht zurückgespielt. Er hat ihn nicht da reingespielt. Wie ich ihn eigentlich haben wollte. Ach komm. Ja, das Spiel genau zu ihm zurück. Oh man. Dann haben wir wieder nicht den Laufweg richtig zugemacht. Und zack. Aber den hat er doch, oder? Ja, den hat er. Jetzt gibt es Ecke. Und jetzt gibt es Ecke. Ecke kommt den 16er. Da kann sich die Abwehr erstmal wieder entspannen. Schönes Pressing jetzt. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Jetzt. Der liegt. Boah ey. Das lange vorlegen geht mir richtig auf den Sack. Da holen sie sich den Ballbesitz im Mittelfeld wieder. Kann er was draus machen? Das sieht vielversprechend aus. Ey. So kann er da nicht hingehen. Das ist absolut gelbwürdig. Ne, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Na, sie werden den Ball scharf reinbringen. Und wir gucken, was sie draus machen. Oh fuck. Und das gibt Abstoß. Ich dachte, der geht genauso zurück wie bei der Ecke. Nicht gut. Oh, der macht es halt wirklich. Was ist das? Warum spielt der den nicht einfach nach oben? Da kommt er nicht dran. Sie bringen den Rundball. Ja, könnte was werden. Aus. Fuck. Außenkante. Ein weiteres Tor liegt in der Luft. Das wäre dann eine beruhigende Führung. Oh, nicht dein Ernst. Das finde ich schon... Ah, ey. David Klaassen. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Also, irgendwie, ne? Milot Rashica. Irgendwie nervt mich das Spiel grad'n bisschen. Das riecht so, als wenn wir... ...auchhörter irgendwann mit dem Spiel einfach aufhören. Wenn mich das einfach nur nervt. Solche Sachen. Wieso läuft der jetzt... ...so lahmarschig nach vorne? Was macht der draus? Jetzt könnt ihr die Flanke in den Strafraum bringen. Jetzt ist wieder keiner da. Jetzt ist's gefährlich. Und wo kommt der hin? Tschüss. Tschüss. Ach ja, vielleicht spüren wir doch mal, wo da was anderes ist, ne? Nee, ich mach da nicht hier. Ich mach hier kein Interview. Mach ich nicht. Wird nix. Lass ihn mal durchlaufen hier. Bis zur nächsten... ...Party, Monatsbericht. So, wollen wir uns die... ...die mal angucken. Potenzial 67 bis 79... ...der ist halt gut eigentlich, ne? Also... ...der hat halt die Möglichkeit, richtig gut zu werden. Was ist der denn? Wieso ist der denn gesperrt? Defensiv stark. Technisch begabt. Defensiv stark. Gesperrt. Achso. Der kann auch gut sein. Starke Füße ist... ...Spielmacher. Technisch begabt. Flügelspieler. Und das ist was? Aber nur technisch begabt. Achso, die kann ich ins Profi-Team übernehmen, ne? Den nicht. Den kann ich. Warum den? Ja. Der ist 16, der ist 15, der ist 18. Der geht auch. Okay, 15 geht nicht. Ich muss schon mindestens 16 haben. Okay. Links, Mitte. Nehmen wir dich doch mal ins Profi-Team, ne? Wollen wir mal gucken, was wir damit machen können. Denk drüber nach. So. Was war hier noch? Angebot. Okay. Wir haben das Angebot wieder zurückgenommen. Und wir gucken mal, was wir hier haben. Der eine Spieler hier, der relativ jung war. Der. Wollen wir den jetzt irgendwie pushen? Kommt, tun wir mal dagegen pushen. Ja, speichern. Also, dann gucken wir mal, ob wir hier... Das geht nicht. Okay. Ich würde sagen, dann machen wir hier für heute Feierabend. Und ich überlege mir, ob ich hier weitermachen möchte oder nicht. Und, ähm, speichern. Und ich würde sagen, ähm... Vielleicht machen wir auch mal zwischenzeitlich mal andere Sachen. Ich kann euch mal mein Food-Team zeigen. Mein Dingens-Team ist natürlich nicht so gut. Ist klar, ich investiere ja auch kein Geld da drin. Aber ich hatte Glück, ihn hier zu ziehen. Ihn hier zu ziehen. The Young. Ist ganz gut. Und der Rest haben wir uns eben mal Stück für Stück gekauft. Jetzt schon wieder keine gerne Dinger. Und, ähm... Ja, schon ein paar coole Sachen. Da freue ich mich schon drauf. Oder, das spiele ich gerne so zwischendrin. Ich spiele zwar auch hier viel, ähm... Hier ein Squad-Battle. Gedünsel, das hier. Ähm... Also, gar nicht mal hier so online. Weil online ist so... Mäh. Weil, ne? Bin ich nicht so gut für. Ist okay. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten, äh... Folge wieder. Und vielleicht spielen wir dann einfach mal hier ein bisschen. Ähm... Dann wird es natürlich keine Trainer-Karrieren-Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.